Bonjour Phobbs, willkommen im Doppelstein Studio. Ich bin der Marco und bei mir ist der... Ich bin nur der Michael. Nur der Michael. Aber das ist toll, dass du da bist. Ich habe hier ein laut Set-Namen französisches Hochgeschwindigkeit-Taxi. Bevor wir aber zu dem Set kommen, das eigentliche Highlight, du musst mal kurz aufstehen. Die Leute müssen mal dein komplettes Shirt sehen. Seht mir das nicht? Das steht wahrscheinlich nur aus dem Weg. Aus dem Weg, ich muss Steine suchen. Das ist mal jemand, der sich mit seinem Job identifiziert, Leute. Das musste ich haben. Hast du dir das drucken lassen? Nein, das habe ich so gefunden und dachte, es passt. Weißt du, wenn zu Hause die Frau wieder... Ihr Essen ist fertig und so weiter und dann geht es nur hier aus dem Weg, ich muss noch Steine suchen. Achso, ich dachte schon aus dem Weg, ich muss Müll rausbringen oder so. Gut, also ein Taxi. Ein bisschen verrücktes Taxi. Ich meine, ein bisschen tiefer gelegt. Es ist cool, ein richtig getuntes Fahrzeug ist es. Ein getuntes Fahrzeug, jawoll. Darf ich fragen, warum Französisch? Darf ich das fragen? Das kannst du fragen und ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube... Weil ich finde jetzt so nicht wirklich... Es hat gelbe Nummernschilder. Ich glaube, das ist Französisch. Das könnte aber auch aus den Niederlanden sein. Ja? Oh. Egal. Es ist eine getuntes Limousine. Und die kann ich mir vorstellen in allen möglichen Farben und auch nicht als Taxi. Ja. Finde ich. Ich mag diese Art von Modellen. Ja. Na gut, wenn man es nicht als Taxi haben will, dann baut man hier, würde ich sagen, den oberen Teil einfach ab. Und das ganze Ding in irgendeinem Blau oder so, würde ich gut finden. Okay. Aber das gehört jetzt nicht jedem. Wir haben jetzt hier den Französischen Taxi und das muss weiter sein, weil es ein Taxi ist. Ja. Und Hochgeschwindigkeit, weil vorne... Heckspoiler, vorne vorne Frontspoiler, hinten Heckspoiler und... Uh. Sag mal. Was ist denn da? Uh. Es ist Platz und es ist gefließt. Es ist Platz und es ist gefließt. Ja, ich fand das cool wieder so. Satt aufging. Und wenn man es noch... Ich dachte, du hast irgendwie noch ein Turbo da hinten oder was. Und wenn man es noch ein bisschen tunen will... Warte mal. Du bist ja schnell, Marco. Warte mal. Wir haben... Es sind vier Türen. Wirklich? Oder ist es nur so angedeutet? Ich glaube schon. Äh... Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Vier Türen. Okay. Es ist ja schön, dass du das machst. Und dann muss ich das nicht kaputt machen. Genau. Ich mach das mal auf. Dann können wir das nicht auch mal zeigen, wie es dritten aussieht. Und ich nehme mal das Dach ab. Die sind ganz schön dicht, die Türen. Die Türen sind ziemlich dicht. Man muss gerade bei der hinteren ein bisschen aufpassen. Und das Dach... Ja... Das hängt hier an den zwei Noppen. Das ist mal wieder ein Modell. Kein Spielzeug. Ähm... Und... Oh, das... Inneres kann ich aber echt sehen lassen, hm? Finde ich gut. Das ist wieder mal ganz anders dargestellt. Die Sitze wie... ...den anderen Modellen. Also wieder was Neues. Okay. Nett. Und? Und? Wenn man jetzt mit dem Auto irgendwie besonders weit springen will oder so, wenn man quasi fliegen will, dann kann man das Tune noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Mindestens mal auf einer Seite. Ich weiß, da muss man jetzt... Da muss man quasi umbauen. Okay. Das ist aber jetzt kein 2 in 1 Modell. Ja, in gewisser Weise schon. Na komm. Klack. In gewisser Weise schon. Denn hier unten die Leiste... Die muss jetzt... ...ab. Ich mache das jetzt mal so hier. Ich habe das hier jetzt nicht schon mal vorbereitet. Und ich nehme jetzt mal die Leiste hier ab. Und jetzt kann das... ...da... ...dran. Das ist ein Flugzeug. Dann ist das Auto quasi... ...ein Flugzeug. Also stell dir mal vor... ...du musst ganz, ganz dringend zum Flughafen und springst in ein Taxi und sagst zum Flughafen aber schnell. Und dann sagt der Taxifahrer alles klar und drückt dann auf so einen Knopf und dann bockt das Auto hoch und dann fahren da ein paar Dinger. Und dann fährt er los und du kriegst ein Herzkasper, weil du da bei der Fahrt also mehrmals fast drauf gehst. Aber du bist in Rekordzeit am Flughafen. Okay. Sonst ist alles okay. Ja. Also so stelle ich mir das vor. Ist das jetzt damit, damit das Auto mehr an den Boden gepresst ist oder damit es abhebt? Ich glaube damit es, wenn es springt, also wenn es irgendwo... Bleiben die Fragen wieder offen. Ja. Vielleicht damit es bei Sprüngen irgendwie besser in der Luft liegt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also auf die Demos muss erstmal kommen, aber... Ja. Wir bauen das jetzt mal... Zusammen. Ich baue das jetzt mal noch so, dass ich jetzt auf beiden Seiten mal diese Flügel dran... Ich will jetzt sehen, wie das mit den Flügeln aussieht. Und dann fällt mir auf, wir haben vorne noch gar nicht reingeguckt. Ich glaube vorne geht es auch auf. Ich habe reingeguckt. Du hast da halt, du hast da halt mit, keine Ahnung, mit Baguettes beschäftigt oder so. Auch gut. Ist wieder anders der. Und vor allem diese... Ja, ich könnte jetzt wieder falsch sagen, aber diese... Ja, kurvigen Technik-Teile, ich weiß schon. Ach, ich komme nicht drauf, Alter. Das ist halt, ne? Ich auch nicht. Diese Dinge da, sehen gut aus. Ja. Sieht halt aus wie so ein richtiges Turbolader. Könnte man mehr in die Motoren einbauen. Diese Teile. Ja. So. Jetzt haben wir... Ja. Jetzt haben wir ein sehr, sehr schnelles Cabriolet. Und jetzt haben wir wieder ein sehr schnelles... Coupé? Taxi. Ist das ein Sportcoupé? Ist das ein... Ich finde die Form cool. Also von der Form her ist das genau mein Ding. Ich würde jetzt die Flügel weglassen. Ja, kann man ja auch. Die Teile der Flügel gehören, also die liegen dem Set bei. Aber ob man sie jetzt halt anbaut oder ob man sie weglässt, ist natürlich jedem unserer Kunden selbst überlassen. Ich muss nur grad gucken, wie ich das jetzt hier... Das ist kein Taxi. Das ist ein Schneeflug. Das ist ein Schneeflug. Ja, das... Fett mir grad auf. Kann... Kann auch sein. Cool gemacht finde ich hier die Halterung. Weißt du, diese zusätzliche Halterung, wo der Front... Stimmt. Und Spoilerflügel, wie auch immer du das nennen willst, zusätzlich hält. Weißt du? Ja. Sehr gut. Weil wenn die Dinge nicht da wären, jetzt in der Wirklichkeit, 1 zu 1 Modell, ist immer die Gefahr gegeben, dass das Ding hier vorne... Okay, du bist der Rallye-Kenner. Du weißt sowas. Jetzt übertreibst du das Video. Ich finde, es sieht gut aus und es ist ein bisschen abgefahren. Aber... Ich würde sagen, ich fahr gleich damit ab. Was haben wir denn gebaut? Wir haben das französische Hochgeschwindigkeit-Taxi gezeigt, nicht gebaut. Das hat der Matthias, glaube ich, aufgebaut. Die 102720. 1257 Teile, davon ein paar bei den Flügeln, klar. Vielleicht 50 oder so. Und kostet 47,95. 31 Zentimeter ist es lang. 14 oder 23 Zentimeter ist es breit. Je nachdem, ob du es mit oder ohne Flügel haben willst. Und 11 Zentimeter hoch. Ich würde sagen, vom Aufbau her ist es ein guter Durchschnitt. Ist halt schon ein bisschen anspruchsvoller, was die Bautechnik angeht. Aber es lässt sich bauen und sieht schnieker aus. Ich mag es vom Design her. Mag ich es auf jeden Fall. Ohne diese Flügel, die lasse ich weg. Ja. Ansonsten finde ich, das sieht nach mehr aus. Das sieht nach mehr aus. Schick ist es. Was? Und auch coole Teile. Das gefällt mir. Was? Also, Trans-Red Wedgeplates hier. Ja. Die habe ich in der Farbe noch nie gesehen. Sind wir da eigentlich durch oder hast du noch irgendwas Prägelndes? Das ist eines von drei aktuell neu eingetroffenen Automobilen. Achso, ja. Dieser amerikanische Flitzer und dieser klassische Transporter sind jetzt auch da. Und heute haben wir euch das vorgestellt. Und die anderen beiden kriegen auch jeweils ein Video. Also, kannst du auch mit... Du kannst, wenn du die Flügel dran machst, die Dinger als Teebchen nutzen. Ja. Gut. Sind wir fertig? Sind wir fertig. Sind wir fertig. Ähm, ja. Für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Kann nie genug Noppensteine haben, habe ich gehört. Demnächst gibt es noch mehr. Ich will nicht. Du willst nicht? Dann wünsche ich halt viel Spaß beim Bauen, du Spielverderber, du. Ja, aber jetzt seid doch mal ehrlich. Also, ja, danke fürs Zuschauen, gell? Ciao. Wenn du mal schnell zum Frankfurter Flughafen musst und du hast so ein Taxi, ne? Naja, also ob meine viel langsam wäre, ich weiß nicht. Ja, gut. Wenn der richtig springt, springt er aufs Rollfeld.